Hallo und hi Schnabel auf! Ich bin Moa Norman und ich bin Schweden. Und jetzt bin ich hier zu Gast im Hildesland. Musik Ich war schon mehrere Mal hier in Deutschland, aber das hier ist das erste Mal, dass ich allein bin, ohne meine Familie. Und dann wird ja der Eindruck ein bisschen anders. Es gefällt mir sehr auf diesem Platz hier. Es ist so schön hier. Ja, das stimmt. Das ist wunderschön hier. Jette Wacket, sagt man auf Schwedisch. Was heißt das? Es ist wunderschön. Ah. Hildesheim hat mir schon immer gefallen. Ich mag diese Häuser und die Geschichte über Hildesheim mit den tausendjährigen Rosenstock. Das finde ich so eine Wunderschön. Und eigentlich gibt es da nichts, was ich Schlechtes über Hildesheim sagen könnte. Hildesheim ist halt eine Stadt, die man einfach besuchen muss, wenn man hier in Deutschland ist. Hildesheim ist halt ein bisschen zu verabschieden. Hildesheim ist halt ein bisschen zu verabschieden. Hildesheim ist halt ein bisschen zu verabschieden. Hildesheim ist halt ein bisschen zu verabschieden.